Freunde, 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 ich hab hier was Geiles am Start, ich hoffe euch geht's gut, falls nicht, schaut ihr dieses Video, dann geht's euch noch schlechter. Spaß. Manchmal hab ich Schizophrenie, glaub ich. Wir machen heute Prop Hunt, Freunde, auf The Shark. Sieht übegeil aus, ich feier diese Gegend unnormal. Das Problem ist, dass es irgendwie nach dieser komischen Agency das neue Tilted Towers geworden, Freunde. Da landen irgendwie 80 Leute, warum auch immer. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, warum das so ist, Freunde. Wahrscheinlich wegen der Waffe vom Boss oder so. Und mit dabei ist heute Ambi Schwounce. Blub, 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 blub. Und stirfe, Jun. Kopf oder Zeit, Kopf oder Zeit, Kopf oder Zeit, Kopf oder Zeit. Schwanz. Ja, da geht's. Schwanz, das war sogar Schwanz. Okay, Freunde, ich würd sagen, ich fang direkt an mit Suchen. Kill me. Let's go. Oh. So, my friends, ich bin allein. Ihr wisst das Struggle. Alle, die Propart mal gespielt haben, Freunde, ihr wisst ganz genau, wie schwer es ist, alleine irgendwo reinzukommen. Also das heißt, wenn ich suchen will, ist es meistens schwierig und man muss tausendmal die Map neu starten. Ist jetzt aber nicht gegeben, das heißt, ich bin jetzt dran. Aber, Freunde, wir müssen zwei Minuten warten. Ah, cut. Okay, meine Freunde, es geht los in 10, 9, 8, 7. Achso, falls ihr noch nicht abonniert habt, Freunde, ihr könnt gerne diesen Kanal abonnieren. Wir sind auf dem Weg zu den drei Milliarden Abonnenten. Ich will die noch diesen Monat erreichen. Also gib ihnen. Like-Button, Abo-Button, alles am Start, Freunde. Achso, ich darf einfach durch den Rift jetzt? Okay, let's go. So, wir haben hier eine riesen Map, Freunde, das wird lange dauern. Aber wir haben 10 Minuten und wenn es knapp wird, kriegen wir natürlich ein paar Tipps, Freunde. Aber am Anfang will ich keine. Und mein Spiel ist auch nicht ziemlich laut. Oh. Aber ich höre schon jemanden in der Nähe drinnen. Das heißt, aber bei dem Spiel, äh, was labere ich? Bei der Map ist es so, Freunde, der kann noch unten sein. Wisst ihr, wie ich meine? Wir schauen mal kurz hier. Ah, Andreas. Die ist halt mal wieder schön mit dir aufzunehmen, Brudi. Okay, Mirkan ist hier irgendwo in der Nähe. Aber ich habe das Gefühl, dass er oben auf dem Dach ist, Freunde. Weil Mirkan ist so ein Dachboy. Ich bin Dachdecker. Dachdecker. Ja. Ah, okay, okay. Wir können von hier oben alles abschießen, Freunde. Aua. Hä, was bist du, Junge? Okay, 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 okay. Wir kriegen dich mehr. Jung, brutal, gut aussehend? Äh, nee. Oh, alles außer gut aussehen, brutal und jung. Ähm. Oh, okay, 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 okay. Mirkan. Du bist hier, mein Liebber. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Oh. Freunde, was ist der? Das Ding ist, André. Leute, falls ihr André noch nicht abonniert habt, dann ist es jetzt. Wisst ihr, wie ich meinen lassen, leichter. Warum ist das Ding so schief? Oder gehört es so? Das gehört so. Jemand hat falsch gebaut. Oh mein Gott, Mirkan, das ist doch nicht dein Ernst. Ich komme von da unten. Ja? Willst du jetzt Krieg oder was? Freunde, er will kämpfen, er will weitermachen. Okay. Ich sehe nichts außer Rauch. Ähm, pass auf, das Ding ist, ich konnte nicht. Was? Äh, äh, biep, biep. Biep, 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 biep. Okay, Freunde, jetzt fehlt noch Stili. Mhm. Aber den finden wir auch, ganz easy. Aber Stil ist so einer, Freunde, der läuft ganz am Schluss an die andere Seite der Map und versteckt sich da, damit man lange braucht. So einer ist er. Aber wir haben ja den Ping, Freunde. Wir haben ja den Ping und wir hören jetzt. Voll unfair. Ich habe es gehört. Ich habe es wirklich gehört, Freunde. Okay. Der ist, sag nicht, der ist hier unten irgendwo. Aber wir haben was gefunden. Melkern kannst du uns zuschauen? Nee, ne? Ich schaust dir zu. Lalalalalala. Okay, er ist hier, er ist hier. Er ist hier irgendwo, Freunde. Er hat sich, äh, verraten. Verraten? Au, au, au. Ey, hör auf. Lüg nicht, das warst du. Okay. Wir haben leider keine Granaten, Freunde. Wo ist er? Ist er hier irgendwo drin? Ich hoffe, dass ich laut halte deines Sounds bin, damit ich ein bisschen googeln kann. Nein. Okay. Du kannst aufhören, Stil. Du bist nicht so laut, dass das keiner versteht. Ah, okay, okay. Ah, okay, okay. Wo? Junge! Hä? Bist du da oben? Safe. Aber wir müssen da irgendwie hochkommen, Freunde. Dann müssen wir jetzt einmal ganz außen rumlaufen. Aber hier darf man König. Ähm. Ja. Dicki, André, das Ding ist, oder deine Schüsse sind geführt in Uganda. Ja, ich muss da einmal rumlaufen, weil man hier nicht hochkommt. Lügner. Doch, Lügner. Soll ich mal Lügner. Was? Das war das von Sprachen, Freunde. Schreib mal gerne rein. Stil ist hier. Äh, handlangerisch. Oh. 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 Er ist hier irgendwo. Oder ist er noch weiter drauf? Sag nicht, du bist auch ein Stuhl, Bill. Nee, das war ein Feindsreicher. Ein Feindsreicher. Ja, okay. Das kann man so gut beschreiben. Aber an sich ist das eigentlich schlecht. Also gut und schlecht. Kommt drauf an, wie man es sieht. Ja. Anscheinend gut, weil sonst hätte ich dich ja schon gefunden. Aber du bist hier irgendwo. Hä? Du bist nicht hier. Hör dich die ganze Zeit. Okay, 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 okay. Ich komme näher, ich komme näher, ne? Ich bin da, ich bin da. Ich bin im Raum, Freunde. Man hat es an seiner Reaktion gemerkt. Ja. Hä? Du bist weiter weg als vorher? Junge, wo bist du? Sag nicht, du bist im Wasser, Digga, auf Ehrenlos. Nein, nein, nein. So Ehrenlos bitte nicht. Freunde. Er ist irgendwo hier. Sag nicht. Ja, du bist ja komplett anders. Nein, laber nicht, ich höre den Ping übel laut. Soll ich den Tipp geben? Ja, bitte. Ich bin auf jeden Fall im Haus drin. Okay, Freunde. Hörst du mich? Ich höre dich. Warte mal. Ich kann spotten. Ah. Oh. Hast du gehört? Ja, das Ding ist hier irgendwo. Aber du bist im Haus, sagst du. Also musst du hier sein. Oder bist du unter mir? Ich bin unter dir. Ich höre dich die ganze Zeit über mir. Aha. Ich habe dich. Wir haben das Pfeifen gehört, Freunde. Aber trotzdem nicht. Bin ich jetzt noch da? Nein. Digga, was? Nimm dir mal ein Beispiel an Stil. Äh, 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 ist im Haus oben. Im Haus oben, okay. Warum sagst du unter mir? Ich bin hier. Ich bin unter dir. Warum wickst du? Ja, du trägst 17. Mann, hör auf, Junge. Da, wo der Tresor normalerweise ist. Ja, ja, bin ich. Weißt du, wo der Tresor ist? Hä, aber hier habe ich gerade geschossen. Du meinst, du bist ganz woanders. Oha. Was, oha? Hast du gesehen? Ich habe nichts gesehen, nee. Soll ich was gesehen haben? Du warst doch im richtigen Raum drin. Geht doch wieder. Oh, au. Hey, Digga, du verarschst mich. Hier war ich gerade. Warte mal, nee, hör mal zu. Eben gerade meinte ich, du hörst mich. Und du sagst, du bist ganz woanders. Aber ich war genau neben dir. Hä, das war ja nicht hier, oder? Doch. Hab alles auf Aufnahme aufzunehmen. Ah, okay. War nicht schlecht, weil es einfach so ekelhaft war. Aber, ja, die Map ist sehr schwer, Freunde. Ich würde sagen, jetzt bin ich dran mit Verstecken. Und irgendeiner sucht. Mir egal. Okay, ich bin mit Mirken, bin ich jetzt dran, mich zu verstecken, Freunde. Ich mache so ein Versteck, dass ihr mich nicht flamen könnt, dass ich mich nicht verstecken kann. Ich werde immer beleidigt in den Kommentaren. André, du kannst dich nicht verstecken. Aber wir werden jetzt sehen, wer der beste Verstecker der Welt ist. Super. Es hat geklingelt, aber ist mir egal. Ich gehe einfach dran. Ah, weil ich bin gerade in Aufnahme und das ist wichtig, yo. Yeah. Ah, okay. Wir verstecken uns jetzt so ekelhaft, Freunde, dass ihr... Nee, ich wollte gerade ein Stuhl sein. Irgendwie will man ein Stuhl sein, aber ich will kein Stuhl sein. Was? Der Stuhl so nach Urlaub aussieht, ne? Ja, ja. Voll Bock, mich auf einen Stuhl zu setzen, Freunde. Auf so einen Urlaubsstuhl. Wofür soll ich die Sounds haben? Auf... Ähm... Mach mal so mittelmäßig, weil Sounds verraten immer alles, aber... Leute, 50 oder was? Bei der Map ist es nicht so schlimm, weil man einfach so richtig ekelhaft in der Ecke gammeln kann. Okay, ich habe ein starkes Versteck. Mirkan, wie sieht es bei dir aus? Okay. Ich bin verstieg. Stuhl viel. Let's go. Boin. Du darfst tuchen. Ich komme. Aber hast du so Sound auf mittelmäßig? Ja. Okay, sehr schön. Freunde, ich bin gespannt, wie lange es Stuhl braucht, weil ich sehe einfach perfekt angepasst aus. Aber halt noch sichtbar. Mirkan? Ich passe eigentlich gar nicht. Du passt gar nicht, okay. Nee, nee, eigentlich nicht. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ich kenne die Map im- und auszahlen. Ja, ja. Ich habe auch Fotos in meinem Album. Mirkan, er ist direkt neben dir. Was? Ja. Nein, er ist ganz weit weg, Bro. Hä, was lab? Auf mich zu verraten, Nung, er sagt, verrate ich dich auch gleich. Oh mein Gott. Freunde, falls euch dieser gefallen, also dieser Kanal, dann lasst ein Abo da. Was? In dieser Kanal mit einem Video ein Like. Na, 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 na. Äh, na, 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 na. Aua! Hör mal auf das Schießen-Stil, Mann. Das ist voll gemein. Aua. Er passt gar nicht. Mecker, wie geht es dir eigentlich heute? Ja, mir geht es mob-tastisch. Stehe? Ja, kann man eigentlich nicht meckern, würde ich sagen. Oh. Er schießt auf mich. Oh, André, lauf! Ich lauf weg, schnell! Oh mein Gott, ich lauf weg, ich lauf weg! Ihr seid zu, die Map ist zu krank. Ja! Hast du jemanden? Mecker wurde gefunden. Mecker, lauf weg! Zieh um dein Leben, Digga. Lass ihn tanzen, mach Rauch rein, mach alles, was du kannst. Das erlaubt in dieser Map, Freunde. Ich weiß selber nicht, wo ich bin. Er weiß selber nicht, wo er ist. Digga, ich konnte mich nicht knucken, weil man schiebt. Du warst so fett, mein Lieber. Tja. Da kommst du nicht rein. Digga, du hättest dich mal besser verstecken müssen, eigentlich. Oh mein Gott, André, wo du bist. Stark, oder? Guck mal. Was? Unnormal, oder? Sieht schon. Unnormal, klar. Ja, echt ekelhaft. Aber auf jeden Fall nicht so, dass du mich nicht siehst oder so. So ist es nicht. Aber es ist gut angepasst. Man könnte denken, gehört so. War das ein Tipp? Ja, ja. Ja, war ein Tipp, ne? Ist super. Wir hauen nochmal jede Minute einen Tipp raus, Freunde. Ist einfach gar kein Tipp. Es könnte sein, dass es passt. Ja, gut. Passt auf jeden Fall. Sagen wir mal so. Also ich höre ganz leise einen Ping, aber. Okay. Ich weiß nicht, ob du rum oder unten bist. Immerhin etwas. Geh mal ganz runter. Okay. Nee, bis weiter oben. Ich habe extra nichts gesagt, damit du mal hinhören kannst. Es war sogar mit Ping schwer, sage ich dir. Ich glaube, du hast mir insgeheime geholfen, ohne dass du es wolltest. Wie das, wie das. Indem du die Tür aufgelassen hast. Bro, ich habe im ganzen Haus. Ah, ich weiß, der André hat die ganzen Türen aufgelassen im Haus. Ja. Ja. Weil André ja auch im Haus ist. Hallo. Hör mal auf, sowas zu sagen. Ah, ja. Ah, ja. So einer ist also. Also bin ich jetzt im Haus oder nicht, Steve? Was sagst du? Ich sag nein. Oh, das ist aber schade. Ich bin out of map. Das wollte ich gar nicht. Warte mal, ich gehe mal wieder zurück. Ich sehe den Himmel. Sagen wir mal so. Ja, ja, habe ich schon gemerkt. Du bist auf jeden Fall hier nicht unten. Ja, ja. Komm hoch. Ah, Freunde. Ich sag mal so. Corona ist natürlich eine scheiß Situation. Aber der Support, den ich momentan durch euch kriege und alles drum und dran. Einfach nur krass. Da wollte ich nochmal auf jeden Fall ein Danke sagen. Und auch, dass es bei anderen Leuten läuft. Wisst ihr, wie ich meine? Stream ja alle. Marlon, Steve, Fields, Milk, Handen. Bei allen läuft so bam, bam. Jeder wächst, die ist das. Einfach nur krass. Nein. Hast du mich jetzt so random einfach gefunden? Ich wusste, Alter. Oder hast du das vorher schon gesehen, aber dachtest du dir, das passt so einfach? Weißt du, wie ich meine? Nein, nein. Ich habe es gerade gesehen so. Okay. Aber, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Checkt die Jungs in der Beschreibung. Gebt meinen Creator-Code ein. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ciao.